In unseren Compact-Akademie-Videos zeigen wir Ihnen, wie Sie das Compact-Falltor richtig installieren können. Aber zuerst werden wir einige Vorbereitungen treffen. In diesem Video erklären wir Ihnen, was Sie für die Installation brauchen und worauf Sie achten müssen. Das erste, was wir machen müssen, ist zu überprüfen, ob die Abmessungen des Tors richtig sind. Die Torspezifikationen sind auf dem Paketetikett zu finden. Nachdem wir sichergestellt haben, dass die Größe korrekt ist, prüfen wir, ob die Montageoberfläche solide und die Lichteröffnung waagerecht und parallel ist. Das Tor kann nur richtig funktionieren, wenn es auf einer stabilen und ebenen Basis montiert ist. Natürlich ist es auch sehr wichtig, die richtigen Werkzeuge zu haben. Hier können Sie sehen, welche Ausrüstung Sie benötigen, um ein Compact-Falltor zu installieren. Denken Sie daran, dass Ihre Sicherheit vorgeht. Verwenden Sie nur zugelassene geprüfte Geräte und halten Sie stets die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen ein, wenn Sie die Schienen mit dem Winkelschleifer schneiden. Hier können Sie die zu installierenden Teile sehen. Das sind die Teile für ein Standardtor. Bei anderen Ausführungen können weitere Teile vorhanden sein. Verwenden Sie immer die Montageanleitung, um sicherzustellen, dass Sie das Tor richtig installieren. In den folgenden Videos verweisen die Zahlen oben links im Bild auf die entsprechenden Schritte in der Anleitung. Auf den letzten Seiten der Montageanleitung finden Sie einen Überblick über alle Schritte, die Sie durchgeführt haben müssen. Dies dient als Checkliste, um sicherzustellen, dass Sie alle erforderlichen Schritte abgeschlossen haben. Jetzt sind Sie gut vorbereitet und können beginnen, die Schienen und die Faltplatten zu installieren. Wie man das macht, erklären wir im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.